Im Tiergarten Nürnberg gibt es bei den Bartkeuzen wieder Nachwuchs. Die beiden Jungvögel sind am 25. und 27. Mai 2017 geschlüpft. Die kleinen Bartkeuze hüpfen bereits seit einem Monat durch die Voliere und können jetzt auch schon etwas fliegen. Neu dazugekommen sind die Sperbereulen, die mit den Bartkeuzen zusammen vergesellschaftet wurden. Beide Eulenarten leben in den Tundra- und Waldgebieten nahe des Polarkreises in drei Erdteilen. Da es dort im Winter kaum hell, im Sommer aber kaum dunkel wird, sind beide Arten sowohl tag- als auch nachtaktiv. Zusammen mit den Sperbereulen sind sie im Freigehege westlich des Dickhäuter Hauses zu sehen.